ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video ich habe heute mal was spezielles für euch und zwar ein kleines stranded deep tutorial hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video ich will euch heute mal zeigen wie ihr eure audiospur bearbeiten müsst ja und damit herzlich willkommen bei einem neuen kleinen video heute silent hill alchemilla das ist eine mod für half life 2 wenn euch das video gefallen hat hinterlassen kommentar wenn ihr nicht der meinung seit nicht meiner meinung seit schreibt es in die kommentare und sonst ihr wisst wie es läuft daumen nach oben abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten video noch mal ein großes dankeschön an euch leute von mir dass ihr mich unterstützt dass ihr meine videos guckt ich hoffe es bleibt dabei und ich hoffe natürlich es werden immer mehr und ja daher bis zum nächsten mal und ciao ah ja 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 Bis zum nächsten Mal.